servus leute und herzlich willkommen zum neuen video auf meinem kanal ja heute geht es für uns den zweiten tag nach oberammergau in bikepark und genau wir haben den korby wieder dabei der zeigt uns da bestimmt ein paar lines wir haben auch vor die kamera heute mal mit auf dem trail zu nehmen und da mal ein bisschen zu filmen das wetter ist bewölkt zum glück regnet es nicht aber heute nacht hat es geregnet das heißt es wird bestimmt ultra sketchy da aber ich wünsche euch viel spaß mit dem video let's go so Musik Musik Ja Mann Musik 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 Oh, shit, man. Musik 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 Abschmieren Alter Alter Direkt mal abgeschmiert Ok Boah, ich bin in meinem Pedal nicht drin Jetzt Ja jetzt Ich war gar nicht im Pedal Ich frage mich Das war's. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alter, den letzten voll übers Hände. Alter. Ok. Untertitelung. BR 2018 Ja, okay. Ist ja herran, Baba. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal.